Musik Ja hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Uncharted 3 Commentary auf meinem Kanal Ja im Hintergrund seht ihr einen Clan War von ganz 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 früherer Zeit Ja S.O.E. Ja meine Freunde Auf jeden Fall geile Sache als ich mir das hier gerade angeguckt habe Hatte ich richtig Bock auf Clan Wars eigentlich wieder Und ja mein heutiges Thema sind sozusagen die Kommentare unter dem letzten Video Und ja viele Leute haben mir geschrieben Du machst das Ganze nicht mehr mit Elan Du bist da nicht mehr so bei der Sache Langzeitprojekte hat dich ausgezeichnet und so weiter und so fort Da dachte ich mir natürlich klar ist so Und hab mir dann da ein bisschen was überlegt Und ja jetzt wollte ich erstmal noch was anderes dazu sagen Also jemand hat noch gesagt Fang mal endlich wieder an für deine Abonnenten Uncharted zu spielen Also das war der einzige Kommentar der mich so richtig gestört hat Weil ich werde kein Spiel wenn es mir nicht Spaß macht Wieder anfangen nur weil das Leute auf YouTube sehen wollen Also wirklich Leute ich spiele das worauf ich Bock habe Das habe ich schon immer gesagt Ich habe schon immer gesagt ich mache das worauf ich Bock habe Deswegen daran liegt eigentlich auch der Erfolg von allen YouTubern Und dass die Videos dann auch Spaß machen wenn sie Lust darauf haben Und ja ich habe jetzt halt gerade Lust ein Commentary aufzunehmen Deswegen mache ich jetzt gerade ein Commentary Um einfach auch nochmal darüber zu reden Was so unter dem letzten Video in den Kommentaren ablief Ja weil einige haben da irgendwie 20 mal irgendwas gepostet Und der eine hier Sniper Crew Clan oder so Du wirst immer schlechter und behandelst deine Abonnenten wie direkt Das stimmt schon mal gar nicht Also persönliche Nachrichten zum Beispiel Beantworte ich zum Beispiel fast jede Kommentare antworte ich auch sehr sehr oft Und ihr müsst auch nicht in die Kommentare schreiben Like den Kommentar damit der es sieht Ich sehe jeden Kommentar immer Ich gucke mir jeden Kommentar an Wirklich jeden Egal wie dumm die sind Natürlich schreibe ich nur auf die richtig geschriebenen Beziehungsweise richtigen nett gemeinten Oder beziehungsweise einfach ernst gemeinten Kommentare zurück Ja persönlich angegriffen fühle ich mich jetzt durch diese Dingsbums, durch diese Nachrichten oder Kommentare Die ihr mir geschrieben habt nicht Ihr könnt natürlich eure Kritik äußern Ist eure Meinung Beziehungsweise ist euer gutes Recht Ich verstehe das auch Dass die paar Leute Beziehungsweise die Leute Die mich durch Uncharted abonniert haben So ein bisschen genervt sind Dass gar kein Uncharted mehr kommt Verstehe ich vollkommen Ähm und deswegen habe ich mir eigentlich was überlegt Ihr werdet den Klanuhr hier nicht ganz zu Ende im Hintergrund sehen Weil äh das ist mir ein bisschen zu lang Und der Ton ist übrigens auch aus Weil ich das damals mit Beats hochgeladen hatte Beziehungsweise mit Liedern Die ich jetzt nicht mehr verwenden darf Ja also ähm ich hätte mir da was überlegt Sowas wie zum Beispiel Dass ich mal wieder irgendwann So ein bisschen was von dem Langzeitprojekt mache Ähm das ist aber wen Also eins kann ich euch sagen Es wird auf jeden Fall in nächster Zeit Mehr COD kommen als Uncharted Das habe ich aber auch letztens schon gesagt Das bleibt auch so Ich habe mir da aber noch was ganz Nettes überlegt Ich werde mir vielleicht ähm Ein ganz nettes Team holen Also äh hier so Äh paar Freunde noch von früher von Uncharted Ich meine der Rapid Hands hat jetzt glaube ich auch wieder angefangen zu spielen Ich weiß nicht ob er jetzt wieder spielt Letztens hat er auf jeden Fall mal wieder mit mir gespielt Und meinte er sucht jetzt wieder einen Klan Ähm dass ich den vielleicht hole Den Maurice vielleicht auch noch Für so ein paar Spaß Sachen Dass man halt so ein Äh dass ich ein Viererteam habe Oder halt ein paar Leute mit denen ich immer spielen kann Ähm Und ihr sozusagen gegen unser Team dann antretet Also ich finde das ganz nett Damit beziehe ich euch auch ein Ihr könnt praktisch ähm So mitbestimmen Beziehungsweise Ihr schreibt dann einfach euer Team Euer Viererteam In die Kommentare Und dann vereinbaren wir einfach einen Termin Beziehungsweise ähm Wir geben halt dann vor Wann wir immer können Und ihr müsst dann gucken ob ihr da auch könnt Und ich denke dann wird das schon ganz gut Wir werden dann natürlich verschiedene Spiele haben Weil ich werde das dann mit den Leuten durchziehen Die ich halt von früher von Uncharted kenne Vielleicht ist dann der Matze auch mal dabei Oder der Foku Ähm Oder die Weinkiller Ja müssen wir einfach mal schauen Also dass ich so immer die Da so ein paar Leute auswechsel Und dass ihr dann wieder ein bisschen Uncharted Auf die Augen bekommt Ja Ähm Ich habe ja gesagt ich will auch Uncharted nicht komplett sein lassen Weil das ist nun mal so dass Ähm Ich damit angefangen habe Und das auch beibehalten sollte Bloß im Moment ist COD einfach mein Ding Ich habe da meinen Klaren Meinen richtigen Klaren Impact Ähm Sorry Ich spiele jetzt viel Liga mit meinem Liga-Klan OCX Grüß an euch ne Ist eh keiner von euch ja und mit dem Bock halt einfach allen zusammen zu zocken und Uncharted ist halt meiner Meinung nach wirklich also viel zu viel im Moment auf YouTube gezeigt, klar COD logisch, habt ihr komplett recht, dass das fast jeder macht, aber Uncharted ist einfach ein Spiel meiner Meinung nach, wo man nicht viel variieren kann, also es gibt nur wenige Waffen, es gibt wenige Spielmodi also wenige, die man wirklich spielen kann und ja deswegen ja, macht mir COD halt im Moment wirklich mehr Spaß, auch wegen dem Clan und so und ja, schauen wir mal, was die Zukunft so bringt auf jeden Fall ist das jetzt so meine beziehungsweise mein na wie sagt man, so versuche ich es zu machen so ist mein ah, wie nennt man das denn hier Voraussetzung, nein, nein, nein hier, Vorsatz, Vorsatz, genau so ähm, und ja ich hoffe euch gefällt das Ganze, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und nochmal zu dem Elan das stimmt wirklich nicht, also ich gehe immer noch mit denselben Elan an die Videos ran ich mache nur Videos, wenn ich Spaß habe ähm, zum Beispiel wenn ich jetzt bei Liga mal angepisst bin, dann ist das nicht wegen Elan oder sowas das ist, weil ich äh, selber von mir enttäuscht bin, dass ich schlecht spiele manchmal schiebe ich das dann auch auf andere aber im Grunde genommen spiele ich dann teilweise Scheiße und ähm, ja, da kommt das manchmal so vor, als wäre, oder kommt so rüber, als wäre ich so voll, ja, Elan los deswegen, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wie euch dieses Video gefallen hat und ähm, schreibt mir in die Kommentare, ob es euch gefällt mit diesen Clan Wars also so, dass ich, ich werde das dann live mit unserer Tonspur aufnehmen und das dann hochladen vielleicht auch mal nachkommentieren, wie es halt passt und dann könnt ihr so live Clan Wars praktisch gegen uns spielen einfach Team Objective, TDM und plündern nach FN-Regeln ich weiß gar nicht mehr, wie die so sind aber das wird schon und dann haben wir alle ganz viel Spaß und ich hoffe, es hat euch gefallen, schreibt mir alles in die Kommentare, was ich euch gesagt habe und wir hören uns beim nächsten Mal, haut rein, ciao!